dieser mercedes benz c 180 ist hier zum verkauf angeboten der weiße kombi ist fünftürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei unter 15.000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2014 der kombi bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie esp isofix kindersitz befestigung navigationssystem einparkhilfe anhängerkupplung und vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 156 ps an ein automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,2 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr